Jo, meine Liegen, du aus Musins, ich bin's, euer Rui Link und ja, so wie ihr's kennt, ne, zeige ich euch wie immer, was ihr ungefähr ab wann erwarten könnt in diesem Video. Ursprünglich habe ich in diesem Video, beziehungsweise gegen Ende des Videos, erwähnt, dass ich sowas, was ihr gerade hört, nicht machen würde. Da es anscheinend unter halber Stunde wäre, aber ich habe mich letztendlich dagegen entschieden. Also, was soll, ziehen wir das hier kurz schnell durch und ja. Okay, fangen wir an, ab dieser Minute, ja, fangen wir an mit dem Training, ne. Ganz typisch, ganz klassisch, ne, ist ja total normal. Ja, machen wir mit Terry, ne, ein bisschen Training und versuchen wir ein paar, ja, Combos draufzubekommen, weißt du, drauf hinzubekommen, weißt du, es ist ja ein bisschen schwierig mit den ganzen Combat Inputs und Command Inputs und so, aber naja, hat letztendlich einigermaßen geklappt, ist aber echt extrem schwierig, das hinzubekommen, wenn ich ehrlich bin. Ja, so, ab dieser Minute, ähm, ja, fangen wir mit dem Classic Modus an, wie ihr es kennt, ne, ganz klassisch, ganz typisch, ähm, ja. Und, äh, ja, mal schauen, ob wir die 9.9 erreicht haben, ne. Schaut es euch am besten selber an, dann wisst ihr Bescheid. Ja, und, äh, ja, soviel dazu, ähm, ja, und ab dieser Minute, ähm, ich weiß nicht, warum ich das nochmal gemacht habe, aber, ähm, da haben wir ein bisschen, ja, auf dem Spirit Board, haben wir ein paar Spirits dann uns noch geholt, keine Ahnung, einfach so, und, äh, ja, damit, ähm, wäre das eigentlich auch das gesamte Video gewesen, ne. Äh, ja, und in dem Fall wünsche ich euch dann viel Spaß mit dem Video. Yo, meine lieben Bros und Musilien, so, willkommen zu Super Smash Bros. Ultimate, ja, Terry Gameplay, let's go, ich würde sagen, wir starten dann direkt, ne. Ähm, ja, auf geht's. So, Mr. Sakurai hat ja euch eigentlich ein bisschen gezeigt, ne. Jetzt kommt mein Part, so gesehen, oh geil, zwei Freunde sind online, alles klar, können wir gleich mit Terry ausprobieren. Nein, ähm, ja, dann machen wir Classic Modus jetzt erstmal mit Terry, ich muss aber erstmal ein bisschen trainieren, ne, weil es ja First Time Live Reaction, ne, sprich werde ich halt dann mit ihm spielen und, ja, versuche mal nicht so lange für das Training zu nutzen, um dass wir direkt rein starten können. Okay, ja, alles wunderschön, Ultimate Version 6.0.0, seht ihr das da oben rechts, richtig cool. Ja, ähm, ja, dann auf geht's, ne, press any button, let's go. Ey, Terry, let's go, richtig cool, join the battle, so, new stage edit, richtig cool, nice. Neue Musik, richtig cool, okay, so, voll krass, oh, was zum, okay, wir sind natürlich auf, äh, Samus Seite, ist klar, okay, alles klar, Life Reband, Manu, was, Manu, okay, wie auch immer, alles klar, voll ziemlich cool, okay, Software Update, ja, krass, haben wir schon, oh mein Gott, aha, so, Terry, ja, packen, alles wunderschön, okay, gibt's neue Mii-Kostüme, hab ich jetzt nicht geholt diesmal, und so, oh mein Gott, Alter, das ist, okay, wir haben es verstanden, Alter, extrem zu offer von Nintendo, achso, ja, niemand kümmert sich drum, so, oh, eigentlich, da oben links, seht ihr schon, ne, neueste Nachrichten, richtig krass, so, Games More, dann gehen wir mal, lass mal hier, Training, let's go, mal gucken, richtig cool, ah, da ist hier die neue Stage, richtig cool, ich glaub, wir nehmen auch ganz normal halt, ne, brauchen wir nicht irgendwie Final Destination Form oder so, oh, und da, hier ist doch richtig krass, was geht, warte mal, ist natürlich, ne, ist ja festgesetzt, so, lass mal kurz gucken, Alternative Costume, richtig cool, oh, sein grünes Kostüm ist voll krass, grün ist ja mein Lieblingsfarbe, deswegen voll cool, praktisch, okay, warte mal, ist nicht das, das ist nicht das da sein Original, okay, alles klar, ne, das, oder, ne, das ist das Original, wie auch immer, ich hab die Spiele nie gespielt von, ähm, SNK, ich hab's nur mal gesehen, deswegen, okay, oh, das Gold sieht voll cool aus, okay, wir nehmen aber Original, so, und auf geht's, let's go, so, bevor wir anfangen, lassen wir mal ganz kurz checken, ob die Aufnahme auch bisher alles läuft, ne, kippt das mal weg, Alter, so, erst mal, erst mal direkt gepuncht, okay, Moment, ähm, wir fangen sofort an, ich weiß, richtig cool, okay, Kamera läuft super, sehr gut, alles klar, dann auf geht's, jetzt, äh, kommen wir in die Fresse, so, oh, Alter, richtig direkt rein, oh, okay, okay, richtig krass, warte mal, war nicht, oh, ja, das war richtig cool, zack, oh, komm, warte mal, sein Command-Input war das, warte mal, wie war das, okay, ich weiß nicht, ob es jetzt das Richtige war, warte mal, oh, das war das hier, oh, die gesehen, richtig krass, so, hab ich mal ein bisschen Command-Inputs reingebracht, richtig krass, der Spiele ja so ähnlich wie Ryu, dann, oh, Alter, richtig cool, alles klar, okay, oh, okay, gut, muss man sich ja ein bisschen dran gewöhnen, oh, Alter, okay, zack, oh, richtig zerstört, yeah, let's go, come on, Alter, was geht, richtig cool, jo, okay, muss ja ein bisschen mich dran gewöhnen, aber bisher spielt er sich ganz gut, was geht, oh, Alter, fast zerstört, jo, oh, warte, okay, oh, warte mal, hä, er hat ja, ah ja, er hat ja jetzt zwei Side-Bees, er hat ja einmal den, okay, wenn man auf dieser Seite, warte mal, hä, warte mal, hä, wie, warte mal, wie macht er seinen Side-Kick, okay, das ist ganz normal, ah, und wenn man dann zurückgeht, okay, genau, wenn man zurückgeht, dann macht man das, aber dann geht er auf dieser Seite, okay, das ist ein bisschen kompliziert, aber okay, ich glaube, man kriegt das schon hin, so, zerstellen mal, Alter, richtig schön weg, richtig cool, hat er natürlich nur verdient, ist ja klar, richtig krass, ah, krass, ja, genau, diesen Move habe ich ja noch nicht getestet, jo, okay, okay, ziemlich cool, das ist ein ganz normaler Dash-Attack, das ist ein, oh, das wollte ich nicht, aber okay, wäre immer richtig krass, nice, okay, aha, oh, let's go, okay, oh, yo, ich muss mal mit ihm ein Spiken üben, das wäre richtig cool, oh, das go, habt ihr gesehen, Alter, während wir von der Station, äh, wäre ich hier der Untergrund, dann wäre er down, Alter, das kann ich euch versprechen, yo, okay, oh, Alter, richtig krass, okay, warte mal, lass mich mal kurz zacken, oh, er hat ja eine coole Combo gezeigt, oh, genau diese Combo, richtig krass, so, so, ansonsten, okay, ähm, mach ich mal kurz hier, oh, das wollte ich nicht, aber okay, so, mach ich mal kurz nochmal diesen Comment-Input, da war ja hier irgendwie, oh, habt ihr gesehen, ja, okay, alles klar, gut, so langsam habe ich es drauf mit den Combo, das ist halt ein bisschen Gewöhnungssache, ne, aber, dann musst du es machen, wollte ich gar nicht, aber okay, okay, alles klar, so, oh, okay, gut, äh, sein Kick muss ich noch ein bisschen üben, das ist halt ein bisschen, äh, schwierig, ehrlich gesagt, aber, naja, was wirst du machen, ne, oh, richtig cool, Alter, let's go, richtig krass, und, oh, let's go, und nochmal von oben, oh, let's go, habt ihr gesehen, wie richtig krass, nice, so, voll geil, okay, richtig cool, so, dann lassen wir nochmal kurz seinen Final Smash, und dann beginnen wir sofort mit dem, äh, Classic-Modus, Alter, richtig krass, oh, okay, ich muss zugeben, auch, okay, Terry spielt sich so ähnlich wie Ryu, nur halt ein bisschen einfacher, oder ein bisschen wie Ken auch, ehrlich gesagt, ja, aber, ähm, ja, okay, yo, äh, aber ich muss zugeben, ey, seht euch erst an die Prozentzahlen, ich hab nur ein bisschen gespielt, ne, und schon, schon, äh, Warthor Whiting hat es auch schon fast über 100, was geht, also, jetzt über 100, richtig cool, dann lassen wir mal kurz, äh, Final Smash, und dann lassen wir mal, das mal, dann, krass, oh, okay, jetzt zerstören mal, mm, let's go, oh, let's go, richtig geil, what, yo, oh, alter, oh, das war voll geil, yo, das war voll high, richtig cool, nice, okay, gut, okay, seine Grab-Range ist nicht so gut, seht ihr, er ist direkt daneben, alles funktioniert, er muss genau da in der Nähe sein, dann kannst du ihn grabben, okay, oh, naja, ist ja nicht so schlimm, ist gut, lass mal ihn kurz mal raus, oh, äh, lass mal ihn kurz rauskicken, ne, wieso, oh, komm mal, fast geschafft, okay, na gut, dann kurz, äh, Command Input, warte mal, wie war das nochmal, okay, jetzt hab ich seinen Kick gemacht, ohne es zu wollen, aber okay, oh, okay, richtig krass, okay, ähm, oh, let's go, richtig krass, so, warte mal, eine, ich weiß, ich wollte es gerade bänden, aber eine Sache, das ist mir mal kurz, wie kann ich nochmal meine, äh, meine Prozentzahl, genau, hier, ich will irgendwie 100% machen, weil er hat ja irgendwie noch so ein, genau, dieses Go, das will ich mal auch mal kurz ausprobieren, das kann ja mal passieren, boah, okay, so, okay, wann ich hier, okay, warte mal, wie hat er das gemacht, okay, ja, richtig krass, okay, das ist, echt kompliziert, warte mal, oh, genau, Alter, hab ich gesehen, das wollte ich unbedingt ausprobieren, okay, warte mal, wie war die nochmal, ich hab einfach irgendwelche Knappe geduckt, warte mal, was ist denn, warte, okay, nee, das war der, okay, nee, okay, das, oh, mein Gott, als ist der, ich muss mal die Kombos hier ausprobieren, komm mal her, Alter, so, warte mal, wie war das, ja, wie hab ich das gemacht, oh mein Gott, okay, egal, wie auch immer, ist nicht so schlimm, auch wenn dieses, äh, eine Kombo richtig cool war, gut, benden wir das, ist nicht so schlimm, ich glaube, in Classic Modus wird es sowieso nicht so häufig vorkommen, dass wir das nutzen werden, also ist kein Problem, so, auf geht's, Classic Modus, mal gucken, ob ich das auch schaffe, 9.9, Zack, woher hat das ja ohne Probleme hinbekommen, oh mein Gott, Alter, okay, dann auf geht's, Classic Modus mit Terry, let's go, oh, Alter Schwede, ey, voll krass, da ist er hier, richtig cool, jo, der nächste, ähm, Fighter, der jetzt kommt, der fünfte DLC-Kämpfer, der würde das hier jetzt alles voll machen, richtig cool, krass, okay, Harry, sollen wir, sollen wir in sein Original, tu mal, soll ich mal kurz hier, oh Gott, sieht voll cool aus, okay, das ist sein Original, grün ist auch voll cool, ah komm, nehmen wir einfach Original, ist ja egal, so. Auf geht's, 5.3, let's go, so, ihr habt gesehen, wie viele Tickets ich habe, richtig krass, oh man, so, gegen Mario, Peach und, okay, let's go, okay, oh nein, oh, okay, boah, okay, aufpassen, jo, alter, come on, okay, jo, alter, dein Ernst, so, aus dem Weg, so, okay, oh man, okay, da muss man echt sich, oh, okay, let's go, okay, Alter, seht doch, die Prozentzahl an, alter Peach ist schon fast da, oh, ist das dein Ernst, oh mein Gott, so, erst mal Zerstörung, ich habe 100 Prozent, ich muss ein bisschen aufpassen, okay, okay, ah nein, oh, muss man sich hier vor konzentrieren, alter Schede, oh, okay, ah, come on, so, alter Schede, okay, jo, wir haben es geschafft, okay, alt, nice play, dankeschön, so, bevor ich auf Next drücke, na, lasst mich mal ganz kurz gucken, auf die Aufnahme, weil, wir haben echt krasse Kombos hinbekommen, besonders beim Training, das wäre jetzt echt traurig, nee, okay, gut, dass die Aufnahme läuft noch, okay, auf geht's, so, gegen Sheik, Both the Whitelink und Zelda, okay, kein Problem, hast du es schon, ja, genau, okay, Okay, komm her, so, so, okay, zerstört direkt, das ging ja schnell, okay, jetzt gegen mein Todesfeind, auf geht's, nein, oh, come on, was, ja, genau, komm her, oh, come on, oh, come on, ich will diesen coolen Combo machen, oh, dieser, Okay, das ist mir zu Glück, komm her, oh, it's on, oh, alter, upper cake, richtig krass, okay, okay, oh, richtig krass, zerstört, let's go, nice, oh, okay, ich habe keine Ahnung, wie Sackway das schafft, ohne Problem 9.9, aber, ich versuch's mal auch, alter, jetzt gegen die ganzen Heavyweights, okay, auf geht's, okay, 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 ich muss mich ein bisschen konzentrieren, okay, den einen schon mal zerstört, sehr gut, okay, 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 so, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, okay, komm her, komm doch, alter, tschüss, so, okay, bin ungefähr so gut wie Sackway, bisher kein, bisher kein Damage bekommen, alter, nein, oh, okay, Oh, okay, oh, okay, okay, Nein, oh, okay, jetzt habe ich Damage bekommen, voll fies, Oh, okay, komm her, alter, oh, okay, So, haben wir es doch geschafft, alter, oh, let's go, alter, ho, 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 nice play, let's go, Oh, schon mal 7.1, okay, das ist schon mal immerhin, okay, Es wird immer schwierig, ja, das merke ich, Oh, mit der in Ernst, komm her, alter, Alter, Oh, come on, ey, Oh, das ist wohl, oh, alter, Okay, Nein, oh, come on, Okay, So, erst mal zerstört, mit dem ganz einfachen, simplen, okay, Oh, dein Ernst, okay, Komm her, Nein, come on, Oh, come on, alter, Ja, ich kann es auch machen, Oh, Oh, come on, So, okay, Den zerstört, oh, mein, Oh, Alter, Okay, Nein, Oh, alter, Fast von der Stage, Alter, Okay, Okay, Nein, was, habt ihr gesehen, Oh, mein Gott, Come on, So, Oh, let's go, come on, So, Uppercut erst mal, Richtig krass, Nice, Yeah, Okay, Richtig noch, Krass getauntet, Oh, shit, Okay, Oh, Das war kein nice play, Alter, Das wird voll schwer, Alter, Nein, Nein, Oh, Oh, Mein, Okay, Was gegen die, Ey, Ich, Ich, Sagt euch, Es wird immer schwer, Oh, mein Gott, Denianz, Oh, mein Gott, Nein, Oh, Come on, Denianz, Okay, Na, Oh, Come on, Seht ihr, Seht ihr, Sein Grabbranch ist nicht so rot, Oh, Alter, Come on, Oh, So, Okay, Alter, Okay, Jetzt gegen Megaman, Du tust mir leid, Megaman, Ich will dich nicht wehtun, Aber da hast man keine andere Wahl, Oh, Dein Herz, Alter, Okay, Komm, Komm runter, Okay, Nein, Oh, Come on, Oh, Mein Gott, Alter, Megaman, Stop, Nein, Alter, Was ist mit in, Oh, Mein Gott, Oh, Okay, Jetzt, Ich weiß nicht, Ob ich das schaffe, Oh, Mein Gott, Alter, In deren Ernst, Komm runter, Alter, Megaman, Oh, Come on, Oh, Alter, So, Okay, Es ist gegen Pac-Man, Oh, Mein Gott, Oh, Mein Gott, Oh, Der hat mich, Grab mich, Fies, Okay, Oh, Mein, Alter, Ich will, Oh, 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 Alter, Ich will, Come on, Oh, Nein, Oh, Mein Gott, Oh, 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 Musst mich voll konzentrieren, Holy shit, Alter, Oh, Oh, Das war voll knapp, Okay, Ich glaube, 9.9 werde ich mir jetzt nicht schaffen, Weil das ist halt voll kompliziert, Voll schwer, Alter, Okay, Alter, Ist dein Ernst? Nicht zu fassen, Nein, Oh, Komm, Alter, Hey, Alter, Nein, Oh, Ja, Ist klar, Oh, 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 Come on, So, Okay, Den zerstört, Jetzt gehen Gendor, Muss ich voll aufpassen, Oh, Oh, Alter, Come on, Oh, Mein Gott, Er hat fast, Okay, Das gegen Bayonetta, Oh, Mein Gott, Alter, Was ist das? Ernst? Ja, Nein, Oh, Der ist ein, Oh, Wie gemein, Alter, Bayonetta, Stop it, Alter, Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, Nein, Oh, Nein, Nein, Derwe, Come on, Don't do this to me, Alter, Nein, Oh, Mein Gott, Okay, Double Kick, Wir haben es irgendwie geschafft, Aber egal, Oh, Das ist ja, Holy shit, Alter, Okay, 9.9 schafft man nicht, Leider, Da müsste ich perfekt die ganze Zeit das hinbekommen, Aber, Holy shit, Alter, Alter, Wie schafft das Sakurai immer? Das ist bestimmt sein Lieblingscharakter, Mr. Sakurai, Aber okay, Ich höre meinen lieben Brows, Ihr seht es ja selber, Ich versuche mir ja mein Bestes hier irgendwie, Hier das hinzubekommen, Aber okay, Naja, Was willst du machen, Ich versuche mir schon mein Bestes, Hauptsache nicht wenigstens zu sterben, Weißt du, Und halt sowas, Oh, Mensch, So, Okay, Okay, So, Ach, Come on, Schade, Nicht, Nicht geschafft, Aber okay, Schaffen wir das? Na komm, Egal, Ist egal, Die andere, Okay, Come on, Alter, Dann halt nicht, So wenigstens, Okay, Dann halt so wenigstens, Ich bin nicht gewöhnt an solchen, Keinen Charakters, Weißt du, Die haben halt, Muss doch richtig, Die ganzen Kombos drauf haben, Alter, Ich bin mir sicher, So lange, Wenn ich öfters mit dem spiele, Dann wird es kein Problem sein, Aber jetzt so gerade eben, Zum ersten Mann oder so, Oh mein Gott, So, Nein, So, Oh mein Gott, Warum habe ich über weniger, 100%? Boah, No, Boah, Boah, Alter, Okay, No, Boah, So, Okay, Können es auch dauer, Jetzt nur noch gegen mich selber, Oh mein Gott, Nein, Autsch, Nein, Boah, Nein, Oh, Ja, Genau, Gegen mich selber, Gegen die letzten, Müsst du mich verarschen, Oh, Alter, Ja, Weißt du, Wie scheiße schwer es ist, Gegen dich selber zu kämpfen, Oh, Come on, Oh mein Gott, Oh mein Gott, Das ist so gemein, Alter, Weggekickt, Alter, Alter, Oh, Oh, Mann, Ey, Okay, 9.3, Immerhin, Gott, Dammit, Alter, Ich war voll schlecht, Ey, Oh, Ich habe mein Bestes gegeben, Mein Lieben, Boah, draus, Und muss sie es, Naja, Wer weiß, Immerhin, Was soll es, Ach, Ein bisschen sauer, Dass ich es nicht geschafft habe, Beim letzten, Aber, Wie auch immer, Wer weiß, Vielleicht hätte ich ja noch irgendwie 9.9 erreicht, Ach, Mann, Alter, Das ist voll schwer, Alter, Und, Ihr wisst, Der Terry hat ja keinen Countdown, Ne, Also, Der kann es doch nicht nicht verteidigen, Direkt, Das ist halt auch voll schwer, Okay, Also, Wenn ich genug mit ihm spiele, Dann bin ich mir sicher, Dass ich sehr gut mit ihm spielen kann, Aber, Weißt du, Jetzt so gerade eben blind, Weißt du, Zum allerersten Mal spielen, Dann ist es halt ein bisschen schwer, Ne, Ja, Zum Beispiel, Ich erinnere mich, Als ich 9.9 mit Young League erreicht habe, Ne, Da habe ich natürlich schon vorher mit ihm voll häufig gespielt, Weißt du, Dann war es ja kein Problem, So, Äh, Ja, Und jetzt hier mit Terry, Spiel zum ersten Mal und so, Also, Oh, Mann, Ey, Naja, Ich meine, Über 9.3, Das ist doch immerhin die Neuner, Haben wir ja erreicht, Das ist doch immerhin was, Shit, Wie hat Sakurai das hinbekommen, Alter, Muss voll der Profi sein, Wir stehen da auch 100 Mal mit ihm gespielt, Mit Terry, Ich denke, Das ist ein Lippenscharakter von Mr. Sakurai, Damit es mich nicht wundern, Oh ja, Alter, Naja, So, Boah, Mensch, Das ist ja echt anstrengend, Mit ihm zu spielen, Alter, Weißt du, Aber naja, Wie auch immer, Ne, Immerhin, Wie gesagt, Der spielt sich ja ein bisschen wie Ken, Und Ryo, Und, Naja, Ich bin nicht so gut mit den, Äh, Street Fighter Characters und so, Und dann halt, Muss zugeben, Terry spielt sich klein bisschen einfacher, Als Ryo und Ken, Das muss ich echt zugeben, Aber, Alter, Die ganzen Command Inputs, Ne, Die ganzen Kombos, Holy Shit, Alter, Der muss da alles drauf haben, Weißt du, Nur so kannst du halt wirklich perfekt, Ohne Probleme halt, Äh, Ja, Jedes Match gewinnen, Weißt du, Ohne Probleme halt, Sakurai wusste natürlich hier, Alle, Alle auswendig und so, Und ich hab die einfach alle, Mal per Zufall, Einmal ausprobiert und gehofft, Dass es geklappt hat, Ehrlich, Ehrlich, Ich bin mit euch, Ich glaube, Dass, Äh, Das ist eine, Buster Wolf oder so, Hatte ich mal, Alter, Was ist denn los, Ich glaube, Buster Wolf hatte, Wusste ich ungefähr noch, Den Command Input, Weißt du, Einmal nach links, Und dann einmal nach rechts, Weißt du wieder, Das konnte ich noch ungefähr mir merken, Aber, Alter, Das muss er auch richtig vernünftig dann ausführen, Weißt du, Ist auch halt, Auch noch so eine Sache, Meine Güte, Aber naja, Wie auch immer, Für WM 9.3, Nicht das Beste, Aber es ist immerhin besser, Als der Durchschnitt, So, Jetzt mal so, Und, Ja, Alter, Schädel, Immer sind wir auch kaum einmal gestorben, Nur beim allerletzten sind wir gestorben, Und da hatte ich ein bisschen Pech gehabt, Einfach, Weil, Ich hatte noch nie gegen Terry gespielt, Und naja, Sein Muster ist ein bisschen unprodukt, Oh, Ist ja voll geil, Guck mal, Im Hintergrund bei ihm, Sind halt all die ganzen Charaktere, Und so, Ist ja richtig, Richtig geil, Jo, Da seht ihr halt wirklich, Die ganzen Cameos, Weißt du, Die ganzen Cameos, Ähm, Von Street, Äh, Von Street Fighter, Wollte ich schon sagen, Ähm, Von Dingensin, Von, Äh, Terry, Und, Äh, SMK, Richtig cool, Oh, Das ist cool, Alter, Richtig geil, Jo, Ich hab mal, Die würden sowas in diesem Fireman machen, Da würde ich keine Ahnung, Robin oder Martha, Und dem Hintergrund die ganzen Fireman Charaktere, Ja, Voll geil, Okay, Richtig cool, Gut, Next, Lass mal sehen, War Fighter Spirit, Das kann ich euch auch wenigstens zeigen, Ne, Oh, Okay, Richtig cool, Was geht, So, 2D Style, Okay, Alles klar, Okay, Okay, Oh mein Gott, Wie viele bekomme ich denn noch, Okay, Alles klar, Ja, 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 Okay, Cool, Was geht, Richtig geil, Alter, Jo, Okay, Gut, Ähm, Mit wie viel habe ich mit Banjo, Oh, Alter, 9.8, 9.8, Alter, Mit den ganzen DLC Charactern, Alle weiß, Sehr gut, Und dann, Wenn es um Terry geht, Sofort 9.3, Alter, Jo, Naja, Wie auch immer, Mit den Saison, Okay, Naja, Gut, Mit wie viel habe ich denn mit Ken und, Ken, Okay, Ken habe ich 8.6, Und wo ist hier Ryu, Der muss da direkt daneben sein, Da, 8.4, Ja, Seht ihr wie gut ich bin mit den Streetfightern Characters, Na, Nicht so gut, Ne, Und Terry spielt sich halt so ähnlich, Da bin ich froh, Dass ich ja ein bisschen besser bin, Aber naja, Wie auch immer, Classic Modus habe ich euch gezeigt, Wenn ihr den perfekten One sehen wollt, Dann schaut euch SackOS an, Oder halt das, Was ihr gesehen haben, Ne, Gab es so irgendwelche neue Editions und so, Warte mal, Lass mich mal ganz kurz gucken, Ah, Warte mal, Hier bei Spirits gab es ja neue, Ne, Ich will das euch auch mal alles an den Tages zeigen, Ne, Richtig cool, Naja, Wie auch immer, Ähm, Alter, Ist beim Spiritsboot irgendwas, Neues, Äh, Oh, Hier, Was zum, Hä, Der, Oh, Ist ja voll, Nein, Nicht das hier, Alter, Das hier voll geil, Okay, Richtig cool, So, Okay, Lass mal mal, Lass mal kurz das zum Abschluss, machen, Aber nicht mit Terry, Sondern mit Little Mac, Alter, Da muss, Mit Terry muss die ganzen Command Inputs drauf haben, Holy shit, So, Lass mich mal ganz schnell gegen Seawo to Samus, Und, äh, Dark Samus oder Samus ist das, Okay, Lass mal gucken, Ist eigentlich egal, Wir sind hier relativ schnell fertig, Ich meine, Wir sind ziemlich stark, Guck mal, Wir sind Giant Little Mac, Oh mein Gott, Wieso hast du direkt fallen in Smash, Richtig ungemein, Richtig gemein, Tschüss, Alter, Danke viel, So, Little Mac ist, Easy, Oh mein Gott, Deren Ernst, Ach, Okay, Okay, Da hab ich wohl keine andere Wahl, Sie nicht zu fassen, So, Okay, Gut, Haben wir das, Dann lassen wir kurz nochmal den Loftbrink, Bekommen, Richtig cool, Und, äh, Ja, So, Das hab ich schon, Richtig krass, Das, äh, Achso, Ich dachte, Das wäre Legend gewesen, Also, Ich glaub, Die andere Version, Legend, Wie auch immer, Ähm, Es ging den Loftbrink, Ganz schnell, So, Oh, Warte, Da war Herrsatz, Oh, Toll, Alter, Ich hab vergessen, Richtiges Bild, Egal, Sollten wir trotzdem hinbekommen, Okay, Richtig coole Skyward Sword Musik, Haben alle bestimmt vergessen, Die ganzen neuen Spider-Fans, Denken nur an Sponsor White heutzutage, Ist echt traurig, Egal, Tschüss, Alter, Oh, Alter, Voll in die Fresse, Okay, So, Hätten wir es geschafft, Voll krass, So, Hätt er mit, Boom, Alter, So, Richtig krass, So, Okay, Dann bände ich jetzt die Aufnahme, Fast eine halbe Stunde, Holy shit, Aber was wirst du machen, Ne, Ja, Und, äh, Ja, Okay, So, Ich glaube, Diesmal werde ich keine, Ähm, Einführung machen, Äh, Was wir am Anfang gemacht haben, Und danach, Das ist ja noch, Unter halbe Stunde, Das sollte auch hoffentlich okay sein, Ja, Na gut, Dann, äh, Vielen Dank fürs Zuschauen, Meine lieben Bros. Moseens, Das war Super Smash Bros. Ultimate Terror Gameplay, Ja, Wir haben es ja eigentlich gesehen, Von Sakurai, ne, Das Classic Modus, Jetzt habe ich euch das persönlich nochmal gezeigt, Wenn ich ein bisschen mit Terry Turniere und dank den Classic Modus machen würde, Dann wäre ich wahrscheinlich auch 9.9, ne, Weil Sakurai wusste alle, Die ganzen, ähm, Ja, Combat Inputs und Command Inputs wusste Sakurai komplett auswendig, Weiß, Als ob er der extreme Fan ist und so, Ist ja dann auch kein Wunder, Dass er das locker geschafft hat, Ja, Und ich wusste die halt nochmal nicht, Und für mich ist es noch dazu, Dass ich ihn zum ersten Mal spiele, Naja, Wie auch immer, Egal, Wir haben es über 9.0 immerhin, 9.0 haben wir immerhin geschafft, Das ist doch immerhin was, Und ja, Na gut, Dann, Vielen Dank fürs Zuschauen, Meine lieben Bros. Moseens, Und ja, Haut rein, State Ausnahme, Und bis zum nächsten Mal, Das war euer Rue Link, Ciao!